Hi Leute, heute geht es darum, warum du dich nicht optimal ernähren solltest. Heute möchte ich mal über diesen Aspekt reden, warum es kontraproduktiv und sogar sehr schlecht sein kann, wenn du dich optimal ernähren möchtest. Und zwar liegt das Ganze daran. Vielleicht hast du es auch schon festgestellt, heutzutage wird sehr viel erzählt, der eine sagt, ey, ich habe mich damit geheilt, damit wurde es besser, der andere sagt, ey, andere Ernährungsrichtung, damit habe ich alles geheilt, der eine sagt Paleo, der andere sagt, ey, die Tenten und nur Kohlenhydrate und sonst was, der andere sagt, ey, Intermittieren, das Fasten ist der Schlüssel und so weiter. So, was ist denn jetzt richtig und warum solltest du dich nicht optimal ernähren? So, wenn man zum Beispiel auch mal Verdauungszeiten anschaut, dann wird auf alles Mögliche geachtet. Dies nicht, vor das nicht und jetzt muss ich noch eine Stunde warten und so weiter. Und warum das Ganze kontraproduktiv sein kann, ist der Punkt mit der Entgiftung, der sehr häufig unterschätzt wird. Und dazu natürlich auch immer diese Frage, die da auftaucht, ja, ist denn alles Entgiftung? Wie viel müssen wir denn entgiften? Was soll denn da alles noch im Körper drin sein? Wer hat denn diese Schlacken schon mal gesehen und all diese Sprüche, die es da gibt? Aber es ist ganz deutlich zu sehen, wenn du dich auf den Weg machst und in die Praxis gehst und dann die Erfahrungen machst, die nachvollziehen kannst, um dieses Verständnis zu bekommen am Anfang, ist es sehr gut, zum Beispiel mal die Schriften von Professor Arnold Ehre zu kennen. Du kriegst auch die schleimfreie Heilkost zum Beispiel als kostenlosen Download. Gibt es als PDF, habe ich zum Beispiel auch auf meiner Webseite, ist unten drunter in der Infobox, der da, der Link, der Download-Link und dort kannst du dir erstmal so dieses Basiswissen, was die Entgiftung anbelangt, aneignen, dass du da so ein Grundverständnis für hast. Aber wie tiefreichend das Ganze dann ist, ist halt doch häufig nicht bewusst und es dann, ja, dann kommt ja natürlich manchmal auch dieser Spruch, hey, ich habe zwei Nähren und eine Leber und die ist für die Entgiftung da. Ja, kann man so sehen und ist auch so, die ist für die Entgiftung da, so die kümmern sich darum und es ist egal, was ich mache. Also wirst du mit Sicherheit schon die Erfahrung gemacht haben, dass es nicht egal ist. Geh doch mal, die meisten geben eben auf ihr Auto mehr Acht als auf ihren eigenen Körper und geh doch einfach mal hin zu deinem Chef vor seinen Augen und dann kippst du ihm mal Zucker in seinen Tank und dann, dann kippst du noch Cola dazu und dann kippst du noch Fanta dazu und dann Sprite und alles Mögliche. So, wie gut, glaubst du, fährt dieses Auto? Fährt es überhaupt? So, das ist die Frage und du kannst nicht einfach, ja, man kann nicht einfach annehmen, wollen, weißt du sicherlich auch, ja, es ist utopisch und das sind dann oft einfach nur irgendwelche, ja, Sprüche, wo man sich da wirklich ganz gut rausreden kann, wenn man keine Lust hat, irgendwas zu verändern in seinem Leben. Aber wenn man gemerkt hat, ey, was das für Vorteile hat, was man da machen kann, wie man sich viel besser fühlen kann, viel mehr Genuss, viel mehr Lebensfreude wiederentwickeln kann, dann ist es unglaublich wichtig, da wirklich sich an die richtigen Fälle zu halten. Bist du ganz gut bedient hier auf dem Kanal oder eben schau dir diese Schriften von Arnold Ehret am Anfang zur Entgiftung mal an. Und das ist der Punkt, wenn du dich jetzt zu optimal ernährst, wir haben wirklich über Jahre, Jahrzehnte Fanta-Cola in diesen Tank getan, irgendeinen Mist in diesen Tank getan, unser Körper ist, ja, extrem aus dem Gleichgewicht. Man sieht es daran, zum Beispiel an den Zahlen, ein Durchschnittserwerbstätiger zum Beispiel in Deutschland nimmt an über 260 Tagen, also das ist die Durchschnittsmedikamentendosis, pro Jahr ein. Das heißt, an 260 Tagen von 365 Tagen nimmt ein Durchschnittserwerbstätiger, da sind auch 20-, 30-Jährige dabei, Medikamente ein. So, natürlich im Alter sind es bei manchen irgendwie 30 Tabletten am Tag, aber das sind nur die Verschreibungspflichtigen. Und wenn du dir das mal durch den Kopf gehen lässt, dann siehst du dieses Ausmaß. Und der Punkt ist halt, dass man die Entgiftung immer wieder einfach nur unterdrückt. So, das ist immer nur, du stopfst irgendeinen Müll nach, gehst nie an die Ursache, aber probierst halt irgendwo dann den Kessel noch zuzumachen und diese ganzen Reinigungsprozesse immer mehr zu unterdrücken. Und das ist der Punkt, eigentlich zu verstehen, okay, was steckt hinter der Krankheit, was ist dieser Reinigungsprozess? Der Körper probiert immer da im Gleichgewicht zu bleiben. Also dieses Verständnis kriegst du da. Schau dir das unbedingt an. Und dann weißt du auch, wenn du dich jetzt zu optimal ernähren würdest, so, wenn du auf diese ganzen Regeln achtest und du machst erstmal alles perfekt und das ist mir, also nicht, dass ich alles perfekt gemacht habe, das möchte ich damit nicht sagen, aber am Anfang zum Beispiel, wo ich was von Rohkost gehört habe und dann bin ich da einfach mal ganz naiv reingesprungen, habe zum Beispiel, ja, habe nur noch roh gegessen, habe vorher gefastet angefangen und dann habe ich gemerkt, okay, bombastisch am Anfang mal gefühlt eine Zeit lang, aber dann über die Wochen, über die Monate kamen da auch Phasen, wo ich in extremes Loch gefallen bin, ganz extrem, weil ich da überhaupt nicht stabil war, weil es viel zu heftig war, weil dieser Reinigungsprozess, das war wie als fällt mir dieser ganze Laden, dieser ganze Müll, den ich angesammelt habe, auf einmal, zack, so, möchte der Körper alles raushauen und ich habe mich elend gefühlt, so, elend und deswegen muss man gezielt und Schritt für Schritt dabei vorgehen, dass man erstmal die Stabilität dabei aufbaut in diesem ganzen Prozess, dass man merkt, wie man das Ganze, diesen Reinigungsprozess steuern und regulieren kann, je nachdem auch, wie es arbeitstechnisch ausschaut, wie viel Zeit man dazu hat, was für Umgebungsbedingungen man hat mit der Stadt, was für ein Umfeld man hat, dass man das anpassen kann, dass man da Schritt für Schritt und gezielt vorgeht, so, weil am Ende, wenn du über einen längeren Zeitraum zu optimal dich am Anfang ernährst, wenn dieser Sprung in der Ernährung einfach zu groß ist und der Körper dadurch eigentlich mehr Energie hat, um diesen alten Müll rauszuhauen, dann haut er halt zu viel auf einmal raus. Und wenn man das Ganze raushaut, dann muss das Ganze halt auch erstmal irgendwie rausgelangen. So, und wenn du dir aber vorstellst, dein Körper hat natürlich verschiedene Wege, wie er ausscheiden kann über die Haut, über das Lymphsystem und wie er sich reinigt, aber das Ganze fasst eben einfach nur ein bestimmtes Volumen. So, und wenn du dir vorstellst, du hast jetzt hier so einen Trichter und dann, ja, dann wird hier dieser ganze Mist, den der Körper jetzt auf einmal raushauen will, dann musst er durch dieses kleine, durch diese kleine Öffnung, so. Das Schwierigste ist, diese Öffnung mehr zu weiten, sage ich jetzt mal, dass man bessere Methoden hat zum Ausleiten, aber trotzdem, dieses Maß wird so dermaßen überstiegen und das kann man sich vorher, ich kann mir das vorher nie vorstellen, da kann man sich nicht vertrauen, es ist unglaublich, was das für ein Maß ist, was da angesammelt ist und es ist aber auch unglaublich, wie man sich dann wieder fühlen kann, weil das eben oft so schleichend gegangen ist, wo man sich schlechter gefühlt hat, kennst du mit Sicherheit über die letzten Jahre, seitdem es mit der Arbeit angefangen hat, auch mit dem Job, seit es ein paar Jahre, seit es 10, 20, 30, 40 Jahre mit dem Job, so, wie in einem Klassenzimmer, wo die Luft immer schlechter wird, immer stickiger, du merkst es gar nicht, weil es zu langsam geht und dann kommt in der sechsten Stunde der Lehrer rein und sagt, mach mal die Fenster auf, mach mal die Fenster auf und dann machst du die Fenster auf und denkst dir, habe ich gar nicht so richtig wahrgenommen, habe ich gar nicht gemerkt, so und dann merkst das Ganze, was sich über diese Zeit, über die Jahre angesammelt hat und diese kleinen Wehwehchen, die vielleicht immer schlechter wurden, dass du jetzt vielleicht auch, ja, einfach nicht mehr die Energie hast, sei es mit deinen Kindern zu spielen, sei es einfach wirklich was wieder, ja, motiviert zu sein, wieder rauszugehen, was hat dir, ja, in Angriff zu nehmen, einfach was zu erleben, was zu erfahren und diese Lebensfreude weggegangen ist, das ist super, super traurig und muss einfach nicht sein und das ist eben der Punkt, deshalb sollte man da unbedingt gezielt und langsam vorgehen, sich erst informieren, was bedeutet der ganze Entgiftungsprozess, der Reinigungsprozess, schau dich hier auf dem Kanal um und dann da gezielt weiterzugehen, ja, und schau dir unbedingt, wie gesagt, die Schriften auch an, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib gerne einen Daumen nach oben, teile das Video auch unbedingt und wenn du jemanden kennst, für den das vielleicht auch hilfreich sein könnte, der, ja, da vielleicht auch Interesse dran haben könnte, man muss es eben unbedingt wissen, gerade, ja, wenn man da nicht die Erfahrung hat, gerade in diesem Ernährungswirrwarr und ich kann das absolut verstehen, ich hatte nie eine Klarheit, so, bei mir hat es eigentlich angefangen, dass ich eine Klarheit in diesem ganzen Ernährungswirrwarr mit diesen tausend verschiedenen Richtungen hatte, als ich Erit gelesen habe, als ich diesen Entgiftungsprozess erstmal verstanden habe, vom, ja, selber vom Verstand her nachvollzogen habe, aber als ich dann diesen Entgiftungsprozess wirklich erfahren habe, gemerkt habe, wie kann ich das Ganze regulieren, steuern, ganz klar die Zusammenhänge für mich erkannt habe, erfahren habe, nicht einfach nur gesehen, nicht gelesen, nicht verstandesmäßig nachvollzogen habe, sondern erfahren habe, so, da hat es bei mir Klick gemacht und das ist der erste und wichtigste Schritt und wenn du nicht weißt, wie du es angehen sollst, dann schau, unten drunter ist auch noch ein anderer Link für ein kostenloses Ernstgespräch, da kannst du dich auch sehr gerne eintragen, dann können wir auch mal schauen, in deiner Situation, wie du da am besten vorangehen kannst, wo du auch hin möchtest und ob ich dir dabei helfen kann und ansonsten, ja, wünsche ich dir einen wunderschönen Tag heute, genieß die Natur, geh ein bisschen raus, genieß dein Leben und bis zum nächsten Video, abonnier gerne den Kanal, damit du keine weiteren Infos verpasst und teile das Video auch sehr gerne, wie gesagt, und dann mach's gut und bis dann, ciao! Vielen Dank! Vielen Dank.